Was! Aber wo war ich? Okay. Hoffen wir bald, dass wir diesmal ein bisschen besser sind. Oh, da ist noch ein Teil. Ja, dann scheiß auf Fahne, ich nenne den Schlüssel. Ja, klau mir halt die Kills. Oh, da ist noch ein Teil, oder? Das ist die Fahne. Ja, ja, okay. Ich weiß nicht, wofür die Fahne da ist. Ich weiß auch, warum die Fahne nicht so gut war. Von der Hände waren schwierig. Oh, 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 jetzt kommt's raus. Dann fasst sich halt nicht mehr so viel da unten an. Dann ist es nicht mehr so schwierig. Darf ich nochmal für Sixty machen? Ja. Warte, ich war auch für Sixty, warte. Alter. Alter. Ah, ich schwör beinahe. Ich mach' ein Schäfer. Alter, oh mein Gott. Alter. Boah, pumpi, ey. Schon wieder fette Sauvoll am Blocken, ey. Ist das so übel? Sein fetter Arsch ist immer im Weg. Du bist alt und schwarz. Hey, du Motherfucker, das war meiner. Ja, du hast noch getötet, oder? Das war der schlimmste. Ja, das war meiner. Das war deinem Schlüssel. Wo? Du bist schuldig. Ich mein, das kann's, das kann's auch hier. Oh, danke. Weil ich hab das teils. Mann, was sind die nachsieb? Ja, komm, er ist gerade halt nach. Ja, blockier mich halt wieder, du Arsch. Ey, du Arsch. Ey, du hast ja gar nichts, du schießt auf die Zogen und lässt mich sterben. Boah, ey, die 30 Frames gehen einem schon auf die Eier. Ja, ich schulde dir was. Ja, ich will wenigstens mal jetzt fast jedes Mal. Don't call it Schnitzel. Gebt das Zeug eigentlich noch? Äh, keine Ahnung, aber die haben mal voll gar die Schlecken. Das hatte ich mal, Alter, das war voll geil. Ich hatte das mal bei meiner Oma, die wollte nicht für mich kochen, die war zu faul, da hat die mir einfach so ein McCoastie gemacht. Ich hatte ja einen Freitag oder so, da hatte ich ja auch mal was zu essen. Das war so ein komisches Teil, das war wie so eine Pizza in klein. Und dann wusste ich auch einen Toaster durch. Der kann halt. Okay. Da kann ich mir auch schon alles holen. Hier ist ein Teil für den Halber. Ich hab jetzt immer noch nicht geschnallt, wofür die Schlüssel da sind und hab die mir voll erklärt. Ja, für die Aufzüge. Ja, toll, ey, die kommen ja so oder so. Nein, dann kommt das, ob du haben willst manchmal. Achso, da kannst du das rufen oder wie? Ja, also wieder zurückrufen, wenn zum Beispiel... Und dann ist der Schlüssel weg, oder? Ja. Ja, das ist ja mal voll... voll... Das bringt's einfach, das muss man einfach besitzen. Genau, die Rassmann übrigens. Du Hörensohn. Haha. Ja, bitte. Hä? Ja? Ja, Nick, ich kann voll deinen Arsch sehen. Hä? Ja, ich kann voll deinen Arsch sehen. Ja. 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 Alter, die rutscht ja voll in die Arschritze rein, da würd ich mal aufpassen. Das brennt nach ner Weile. Das brennt nach ner Weile. Ja. Ja. Hier ist ein Teil. Ja, toll, wieder so ne schwule Fahne. Wieso ist überall die Fahne? Die Fahne hab ich mir runtergenommen. Ja, was... Was wollen wir hier mit der Fahne? Weil die nachher brauchen. Für den zweiten Tisch oben. Ach... Achso! Ach... Achso! Okay. Und ich hab keinen Bock nochmal zurückzurennen. Scheiß auf den Schlüssel, Mann. Dann warte... Ja, ne, ich benutze den eh gleich, wenn ich Jaranock brauch, dann ist der weg. Weil ich... Ey, ich hab hier jetzt so ein Teil genommen, so ne Fahne oder... Achso! Lol! Hier ist auch ein Teil. Was denn? So ein komisches... Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall hab ich... Hier liegt jetzt ein Schlüssel, wenn einer braucht. Ja, ich geh jetzt nach unten. Ich hab jetzt das Teil für die... Ich glaub für die Waffe... Warum benutzt du den Schlüssel nicht gleich irgendwo? Ja, weil ich noch kein Geld hab. Alter, ich bin so gut. Das ist unglaublich. Ey, so oft will ich halt noch nicht... Ich auch nicht. Hinter euch. Ach, wie man so sagt. Lol. Ich geh nicht in die Hocken, wenn du froh hast. Ja, ich hätt schon. Dann benutze ich halt den Schlüssel gleich. Dann benutze ich halt den Schlüssel gleich. Jetzt kann das nur sein! Insta-Kill! Knife-Action. Lol. Knife-Action. Hey, guck, wie brauchen wir wieder Teil hier? Okay, ich benutze mal den Schlüssel. Hier liegt so ne Fahne. Ich benutze mal den Schlüssel. Ja, den brauch ich gar nicht benutzen. Möcht' die mitnehmen, anstatt Schlüssel? Hier, mach an der! An der! An der! An der! Ja, okay. Läuft! Päcke-Punch! Hat's ja vollgebracht, wa? Ach, ist doch Insta-Kill! Scheiß auf den Schlüssel, wa? Ich tu den jetzt wieder da hin! Ja, hab ich doch! Ich geh jetzt runter und baue schon mal was an der Waffe an! Ja, hab ich schon! Pecke-Punch und Juggernaut! Beste, was es gibt! Oh yeah! So, wo seid'n ihr jetzt, ihr kleinen Krieger? Ich bin unten unter der Ding-Bow-Teil! Schön für euch! Ich muss noch sparen für Juggernaut! LOL! Ja, geil! Ja, schon, ey! Voll der Cheater! Ach so, das Teil ist für die Waffe! Kannst du das besser bleiben? Klar! Okay, ein Teil fehlt noch! Seid ihr schon unten? Ja, das ist da oben! Und das musst du aufkaufen, die Couch! Seid ihr schon unten? Ja! Okay, jetzt kommen jetzt nicht die Viecher! Nö! Erst unter vierten! Sechsten und unter vierten! Kannst du nicht zählen! Ich bräuchte mal ne gute Waffe! Wie möchtest du die Waffe haben? Ach wo? Ja, ich nehm sie gern! Dann kann ich dir auch mal- Alter! Dann kann ich dir auch mal zeigen! Wenn die fer- Sagt mir, wenn die fertig ist! Oh! Ich sag doch, die kommen jetzt! Hast du dich mit dem Fisch angelegt! Ja, ich hab Sex für das Beste! Ja, geil! Wie soll ich jetzt hier euch runterkommen? In der Couch ist da! Ich hab ein kleines Problemchen! Ich kann nicht so gut treffen mit der Schotter! Gibt's hier eigentlich auch Zufallskiste! Ja, ich bin tot, ey! Ja, dann müssen wir den normalen Weg laufen! Was soll ich denn machen, ey? Ach so, okay! Alle kommen auf mich! Mach mal die Tür auf! Um die oder so! Ja, ich kann's ja nicht auf! Ich hab zu wenig Geld! Ihr müsst mich nicht hier holen! Doch! Ey! Ey, du hast genug Geld, ne, um dieses Ding aufzumachen! Und ich muss es auch machen! Ich hab 890! Ja, hat gereicht! Das ist 750! Ja, hat gereicht! Das ist 750! Die hat 1000 gekostet, die Tür! Nicht die Tür! Ah! Ja, die hat 1000! Ja, die couch daneben, mein Gott! Alter, fickt euch, ihr scheiß Viecher! Boah, ich hasse sie! Die geben mir so auf die Eier! Boah! Boah! Der letzte läuft Ammo fallen! Geh, aufpassen! Ja! Ja! Loll, der hängt an der Leiche fest! Ja! Ja, das ist verbracht! Darf ich mal verletz... Wo ist hier noch so ein Viech? Alter, hier sind noch ein paar! Ja, einen hab ich! Das ist nur noch zwei! Ah, hier sind drei Stöcher! Alter! Der eine läuft gegen die Wand! Oh, hier ist der letzte, glaub ich, oder? Nee! Da ist noch einer! Äh! Alter, wie viele noch? Loll! Loll, hier sind noch welche! Alter, wie viele! Da ist immer noch einer! Warte! Alter, Ammo fallen geht von sich! Ja, okay! Okay! Okay, wir wollen jetzt das Teil für die Waffe, weil ich will die haben! Das ist ja alles im... Äh! Okay, hier... Nein, Jagannock ist grad vorbeigefahren! Wo... Wo ist denn das Teil? Achso! Sag's doch gleich, ich weiß nicht, wo es ist! Ja! Ja! Ich frag ja auch nur höflich, was? Aber sonst... Ähm... Geil! Ja, okay, dann boh die mal bitte zusammen, dann nehm ich die nämlich! Ich hab jetzt Jagannock! Ja, du scheiß Penner! Was? Ja, der Penner hechtet hier so rum! Teil benötigt, da fickt euch! Fehlt noch eins! Äh, nein! Das ist grad schon neben! Äh! Ja, okay, ich konnts grad nicht neben! Okay! Ich hab die neue Waffe! Selbstgebaut! Jetzt rutschen die Zombies hier rum, ey! Lol! Ah! Die fliegen auch hin! Das ist so dämlich! Guck mal! Woah! Woah! Wie du da rumrutschst! Ja, der unten! Also, vor allem die Waffe und dann noch die Shotgun! Ja, oder wie? Nein! Die Shotgun haben wir was kaufen! Guck mal! Ich mach jetzt mal gar nix! Wo? Hab ich 3000! Oh, geil! Du hast hier schon hingestuhlt! Wie der Zombie ausrutscht! Irgendwie mag ich die Waffe! Aber pass einfach auf deine Ammo, der! Ja, ich hab jetzt noch 46! Ich pass drauf auf! Oh, schon wieder schocken! Ich bin gleich durch! Also, da oben sind... Nice! Da oben sind die Mast! Da oben sind die Pfeile! Ich zeig mir immer an, wo das Faktum wird! Äh, fast durch! Jeder hat mich gekratzt! Ich brauche etwas Salbe! Pff, ich brauche etwas Salbe! Was haben wir hier? Hier, hier! Eselstritt! Scheiße! Ich hab nicht genug Geld! Ich renne grad irgendwie random hier durch! Ah, da ist jemand! Hier ist ein Teil! Was war das? Das ist ein Arztenschlüssel, okay! Ja, okay, dann weiß jetzt jemand, wo Eselstritt ist! Ist doch schon mal gut! Ey, hier ist die AK-74U! Zum Glück habe ich mir das noch voll gemerkt! Die hab ich mir jetzt geholt! Kann ich mir mal die Anführungspitzel punchen? Was, wo, was hast du die geholt? AK-74U! Ja, okay, die hole ich mir dann auch, wenn ich die Eselstritt hab! Aber ich brauche jetzt erstmal Geld! 1200 kostet die, ne? Ja, ich brauche jetzt erstmal Geld für den! Ich brauche jetzt erstmal Geld für den! Ich hab den grad gehört! Ja, ich auch! Ja, den hört auch keiner! Warte, die schreien ja auch nur übel laut! Hier ist der irgendwo! Der ist oben, glaub ich! Ich hab... Ich hab... Ich hab so ein gutes Gehör! Ja, okay, die AKS habt ihr gekauft! Ist die Remington! Ja, toll! Kriege ich aber nicht! Wir stehen mit zwei Schütteln! Na, ich behal... Ich will beide behalten! Ja! Die Remington, die ist scheiße! Später, glaub mir! Die Olympia macht aber viel mehr damage! Hallo! Wie kommen wir hier jetzt wieder weg? Ich hab mich verlaufen! Oh, ich brauch doch einen Tacker-Punch! Ich will meinen Eselstritt haben! Da steh ich drauf! Ey! Oh, ich hab noch keinen Chugger! Oh mein Gott, ey! Das gibt mir Geld! Hier ist Chugger noch! Ja! Max, hast du schon Chugger noch? Äh, ich hab schon! Ja! Scheiße! Vielleicht soll ich erstmal die Olympia benutzen? Ja, ich will jetzt den Eselstritt haben! Aua, aua, aua! Ach, sogar dein Arm wollte nichts mit dir zu tun haben! Na, warte mal kurz runter, äh... Beschütze mich mal kurz! Ganz kurz, Max! Ja, Entschuldigung, ich muss kurz meinen Eselstritt trinken, so! Boah, die Waffe braucht halt übel schnell, übel lang zum Nachlagen, äh, zum Waffe wechseln, ey! Wieder lang! Alles klar! Da-da-da-daaa! Loll! Ah! Okay, ich brauch dringend dann die AK! Oder die AK! Oh, die AK! Oh, danke! Wie viel kostet die 1200? Jo! Das ist die beste Waffe eigentlich in dem, äh, Modus hier, im Map, find ich! Die MP5 ist doch auch nicht schlecht! Ja, aber die, ich mach, ich spiel mir eh nicht da so nicht! Boah, ey! Nicht sein Ernst, Mann! Scheiß, Uhrensohn! Warum muss der einmal von hinten kommen? Ja, weil der darauf steht! Der sieht da gar schon, denkt sich, jetzt geht's los! Aaaaah! Scheiße! Oh mein Gott, sind hier viele! Boah! Ich brauch mal Munition, kriegen wir gleich, wird ja! Ist Schreiner! Schreiner! Erstmal Pumpi mein Ding ins Gesicht halten! Jawoll! Oh, haben wir's am Weg! Durch die AK wäre ich ein paar Anschlüsse! Toll! Wir müssen mal Bunny hoppen! Weee! Warte, ich lag mal diesen Slick Visierer nach! Der sieht voll cool aus! Ja, gell! Okay! Warte, ich will mir kurz die AK kaufen! Wo waren die? Äh, g- Ich will ganz außen! Ich werd die schon finden! Ich werd die schon finden, irgendwo! Oh, jetzt punten! Boah, ich will punchen, ey! Mir fehlt noch ein bisschen Geld! Okay! Das hab ich alle dabei! Die ich brauche! Gell! Komm! Ich hab doch keiner die Portion gekauft! Er hat gesagt, die er braucht! Also die ich momentan brauche! Ich mein, die, die Olympia werd ich eh irgendwann wegschmeißen! Er hat mich gekratzt! Ne, echt? Ich brauch etwa Salbe! Alter! Ich hab keinen Bock mehr! Pumpi, was ist denn los? Von, was ist denn voll gut? Ich hab ihn mal geholt! Ne, echt? Jetzt sind wir gleich auf! Jetzt sind wir gleich auf! Fest gleich noch mehr! Ja, pass halt mal ein bisschen auf deine Rücken drauf! Das ist was seltsame Stress hier! Ja, toll! Dann wundere dich halt nicht! Scheiße! Ich bin gleich tot! Wollt ihr mir vielleicht mal helfen? Komm, ihr sind viele Zombies hinter mir! Ich hab nur noch die Dingels! Warte! Wann kommt Pick-a-Punch wieder? Sofort, oder? Alter, Pumpi! Mach die scheiß Musik aus! Ey, die kann nicht gut für dich sein, so wie du grad spielst! Na, gewollt, halt! Ich will meine AK haben! Ja und du musst mir mal helfen, ich hab nur noch 6 Schüsse hier und im 4 Okay, jetzt hab ich wieder AK Klar? Hallo, aus dem Eck raus! Jo? Warte, ich hol für alle! Macht's hin! Ist auf Punch warten! Fickt euch man, ihr P***er! Ja, ich und so! Hey, du hast meine Flagge geklaut! Hä? Was? Gehört's dir irgendwas? Okay, ja ich hab immer noch nen Schlüssel! Hallo, wozu? Haha, bei mir noch vor der Wind! Ja, wo ist der? Da kommt was, da ist ja irgendwo was Ich weiß Gehört Da ist Packer Punch, oder? Wo? Jetzt will ich haben! Okay Oh Gott! Ich brauch halt noch ne Menge Geld Ähm Nein! Wenn ihr, wenn ihr, ich will jetzt hier nicht Schleim machen, sonst rutscht ihr alle in den Fahrstuhl, das ist ja scheiße! Ja, wo macht der da vorne hin? Ich schütze ich bei der vorne hin! Oh, lass mich Packer Punch! Lass mich punchen! Ich denke, das schreit noch weiter aus! Nicht mehr, dann! Dann nimmt sich! Ja, war's ne Warnrechtsplex! Ja! Boah, ey, die Viecher! Aaaaah! Oh mein Gott! Ja, da kann ich doch nix für! Nein! Keine Ahnung, der Bürger meint, dass es zieht sich halt irgendwelche Pornos übers Hauptblatt, kann ich doch nix! Jaaaaah! Alter, ja toll, jetzt kack ich gleich mal nicht, denn jetzt ab, ey! Boah geil, die Verbindung ist wieder halbwegs normal. Boah ey, wieso sind das so viele? Ich bin fertig. Ja, ich muss erstmal noch den Equalizer hier nachladen, diesen Sliquid-Dings hier. Okay, jetzt noch, ähm, okay, meine AK. 320 Munition. Wie oft kann man eigentlich eine Waffe punchen? Äh, fünfmal. Die neuen glaub fünfmal. Ja, die alten ranschen ein, einmal. Ja, die AKS sind auch dazu, die kannst du auch noch einmal. Oder die AKP-40 eben. Ich touch mein Tralala. Fünfmal. Die müssen gleich wieder ausgekennen, gell? Insta-Kill. Ja, klau mir halt auch gar nicht die Kills. Ja, ey. Guck mal, wie viele Punkte du hast und wie viele Kills du da holst. Ja, vielleicht will ich auch punchen. Vielleicht tue ich auch was für mein Geld. Fall im Dusch, hat gesagt. Wir gucken. Nicht anfassen. Ja. Ja. So, komm, jetzt gib mir mal hier. Jetzt weißt du, wie es hier läuft. Jetzt steck ich da meinen Schlüssel rein. Boah. Hier ist Jugger noch, brauch jemanden. Jugger noch. So, ich will's punchen. Gib mir punch. Leg. Guck. Komm her, du scheiß Tatschein. Magst noch mal Sprüh durchfallen. Hinter dir. Wo? Hinter dir. Wir kommen alle von der Treppe. Okay. Ich schätze, dass irgendwo da drinnen ein 3D-Drucker ist. Richtig viele. Hast du jetzt auch die AK- Ja. Ja. Auch noch mehr. Wie heißt'n die so? AK-74. FU-2. 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 Soll. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, was? Na hoi, ey. Die Olympia müsste halt dann auch langsam mal weg, weil die ist nicht die beste Nebenwaffe. Ja, in den Kopf. Ja, in den Kopf. Ich kann den Kopf schießen, aber trotzdem beide Schüsse. Ja, das stimmt. Nein, bei mir sterben die wohl nicht noch. Alter, nur zwei Schüsse. Ja, nur weil ich vorher draufheize. Stinkt. Genau wie Rassman übrigens. Ach, stinkt. Genau wie. Guck, soll man mal draufschießen und einmal rein. Wer ist denn Rassman eigentlich? Ja, ich hab das gesagt, dass ich jetzt mal du Pumpiduu. Was denn? Du stinkst. Du stinkst. Hehehehe. Bagnon. Alter. Ja, bin der Bunk. Erinnern Sie nochmal. Ich bin sofort tot. Ah! Bäh! Fick dich, warum werde ich getötetet, er steht neben mir und ich werde getötet! Ja, weil du halt Opfer bist. Vorher war ja nicht ganz sein Opfer. Ja, jetzt blieb das Opfer hinter mir! Na, jetzt bist du das Opfer. Dann bin ich da auch, aber zum Kotzen die Scheibe! Lalalalalalalala Na komm, punch wieder Wir sind eh gleich hoch Ich will aber noch punchen Oh, kein Juggernaut Ach, Juggernaut ist gut, jetzt bin ich echt Ich bin kein Juggernaut Das ist mein erster Juggernaut Oder? oder Klau mir halt den Kill Ich hab den nicht geklaut Nein! Den hab ich mit der Olympia geklaut Es war ein Warnschuss, habt ihr gehört? Leck! Also danach fahren wir hoch, oder? Ja, ich will doch... Was, du willst noch punchen, oder wie? Ja Hilfe! Hilfe doch nicht! Er beendet sie! Boah, Junge! Ein Schuss, eine Kugel, Abito! Yeah! Funschen! Ey, lass mich doch funschen! Ja, geil! Kommt halt noch mehr! Hinter euch! Hinter euch! Soll ich jetzt noch funschen? Nee, die dich nicht! Von zweit ist er weg! Jo! Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet! Achtung, Rutschgefahr! Ja! Man merkt's! Ja! Man merkt's! Ja! Okay! Okay! Soll ich eigentlich mal die Olympia punchen? Ja! Er hat mich gekratzt! Ich brauche etwas Salbe! Ja! Ich hab nur noch eine Kugel auf meiner AK! Ja! Jetzt nicht mehr! Bei welcher Waffe denn? 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 Okay! Dann lassen wir hochfahren gleich! Hast dich mit dem Felschen angelegt? Was? Olympia bringt mir hier nichts mehr! Ich hab auch nur die Olympia! Ja! Ich bin AK Leer! Wie die Zombies alle ausrutschen! Das ist nicht meiner! Aber mein Gott! Wer ist da so in der Ecke eingeklemmt? Ich! Und wir roten wie ohne Ende! Wie Ente! Aber! A und Ente! Guck mal! Ich hab jetzt mindestens 10 gemessert, Mann! Wir haben Zeit! Oh mein Gott! Komm runter! Komm runter, du Scheißteil! Wir haben keine Munition mehr! Lässliches Mistvieh! Jetzt soll mal hier hinkommen! Ich will padden! Alle messern! Lass mich bitte padden! Ja ich kann, ich kann den Sequenz leiser! Oh Gott! Nein! Hast du jetzt die Olympia gepuncht? Ah! Wacken sie mich nicht! Ja ich war gar nicht nur einmal gut wie er ist! Ja den, dieses, ähm, Slickifizierer, den kannst du gar nicht punchen! Nee, den kannst auch nicht! Ja schön, dass du's mir sagst du Penner! Komm, 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 komm! Loll! Der Teil ist jetzt übelst stark und man lehnt voll schnell nach! Ja! Ja ohne Munition! Ja ich punch dann die MP5, wenn ich die krieg! Keine Ammo mehr! Ich hab nix! Ich, ich hol mir das Messer! Ich hab nix! Ich hab nix! Ich hab nix! Ich hab nix! Jetzt voll stark! Jaaa, irgendwas muss ja das Punchen bringen! Ja okay! Ich hab jetzt nur die Olympia und die ist scheiße! Braucht nämlich drei Schüsse! Leul, ich hab den Zombie den Kopf abge- Ja, vielleicht aber immer noch! Komm ich messer jetzt mal! Der geht's punchen! Jetzt hab ich nicht genug Geld! Der, 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 der Dings hier schon weg! Wer? Back up! Back up! Das Teil! Ich hab's gefunden! Wer f***t der Held! Mach's hinter dir! Boah, jetzt macht mein Knife One-Hit! Meins auch! Obwohl ich wenn ich mal das coole Knife geholt hab! Boah, ist das unfair! Scheiß-Spiel! Nice! Endlich, Alter! Du, helf, Ligger! Jetzt komm raus! Ich will dich messern! Hihihi! Aha, mein Geld! Du hast mich geklärt! Boah, ey, die 30 Frames gehen mir so auf die Eier, war! Ja, wunder! Ich hab... Ich hab hier so 30 Frames? Ja, weil ich aufnehmen darf ich immer 30 Frames, exakt! Du bist doch voll beschissen! Ja, ach, nee! Da ist das wie, wie, ähm, bei dem geilen Update! Und so spiel ich immer, deswegen kann ich, deswegen bin ich beim Aufnehmen immer so scheiße! Ja, ja! Aufnehmen wieder! Ja, ist doch wahr! Leid! Warum bist du jetzt messern so verbatzt? Ich mein, bei Zombies ist ja noch in Ordnung, da bross der nicht unbedingt die Mega-Reflexe und das Mega-Aim! Aber... Aua, help me! Help you! Weißt du auch, wenn wir Private spielen, hab ich auch immer nur 30 Frames! Das ist halt scheiße! Du bist schuld, wenn ich infiziert werde! Feuer von der Runde! Ich hab'n Triple-Fill gemacht, ne Gamma! Ja! Mach halt nuklear, Alter! Das muss gar ich nicht vermasseln! Jawoll, komm, jetzt kann der Punch immer langsam wieder kommen! Oh, da! Iiiiih! Boah, Alter, die Zombies geben mir auch gar nicht auf den Sack! Jetzt muss ich den Boden vollschauen! Ich schla... Ich schla... Ich schla... Ich schla... Ja, ich schla... Ja, ich schla... Ja, ich schla... Was? Ihr habt alle an! Oh, ja! Der ist aber links. Alter Zombie, jetzt komm hoch. Ey, der Zombie ist hier irgendwo. Hier? Da kommt er nicht. Da ist er. Da unten ist er. Da war er. Der musste jetzt hier gleich hochkommen. Leck! Leck! Wenn ich nicht irgendwo reinfalle, ne? Oh, nö. Scheißen Lecks, ey. Ja. Okay, danke. Jetzt geht's. Alter Zombie, jetzt komm hoch. Ey, das ist doch so verpackt, verpackt, du denkst. Jetzt hüpfe ich runter und hol mir den. Pack a punch. Kannst du, Olympchen, nicht punchen? Ey, ich kann nicht, ich kann die punchen, die Waffen. Ja. Und ich brauche noch ein bisschen. Ich hab gesagt, fünf. Ja, fünfmal kann man die punchen. Ja, die Aka hier. Nein, nur einmal, die neuen Waffen kann man holen. So. Ich kann dir doch grad irgendwas machen. Ja, Hilfe, da kommt alle hier hoch. Hilfe, die Viecher kommen. Ach, scheiße. Ach so, die Tür. Ach so. Ja, leck mich halt am Arsch, du scheiß Vieh. Jetzt hörst du mal auf, so hässlich rumzuhüpfen. Ja, geil, lass halt noch mehr kommen. Dann wollen wir noch mehr. Alter, wie viele! Ich bin unten! Ja, mein Pack a punch. Oh, der ist ja so 20 Feature, ey. Das ist auch scheiße. Ja, das ist mega Bullshit. Ey, wer hat seine Clay hingelegt? Ich weiß nicht. Ach, scheiße, die Clays. Stimmt. Ach, ich bin weggeflogen. Oh, ich bin weggeflogen. Messer, Messer! Ey, die Block... Alter, ich bin so rot. Nein, ich muss nachladen. Okay, wir kommen hoch. Hi, Pumpi. Alter, du hässliches Vieh. Du tatschmaitalala. Mach halt die Schere. Macht halt die Schere. Ja, geil, jetzt hab ich keine Munition gekriegt. Ja, ist halt ja auch scheiße. Ich will das Knife. Wann kommt der Aufzug? Hast du das Knife nicht? Nein, ich hatte vorhin nicht genug Geld. Ah ja, Pumpi, ich werde das mit der Clay machen. Ah, du hässlicher Mann. Nein. Ja doch, das war so eine Thema. Meinst du? What the fuck, Mann? Scheiße, Mann. Ich hab Semptex rum. Ich benutze die eigentlich nicht. Ey, ich brauch mal irgendwie... Irgendeine Waffe. Eine vernünftige. Ich will jetzt die MP5 punchen gehen. Okay, jetzt hab ich das neue. Ich will irgendeine andere punchen. Ich trau mir... Ich trau mir nicht, die da rein zu tun. Sonst fährt das Ding weg. Nein, fährt's nicht. Komm, tue sie rein. Und das fährt hoch. Komm, aber ich hol mir die. Ich hol mir die doch. Das wär's scheißegal. Ja, ich bin schon am kommen. Oh, ich komm gerade, Alter. Schnell, Max. So. Es war mir so klar, dass das Teil hochfährt, aber scheiß drauf. Oh, ich hab Angst. Ich brauch etwas Salz. Hier, das Messer kannst du dir holen. Boah. Fall mir Messer. Ich hab das schon gut. Danke. Guck. Ja, kommt halt noch mehr Zombies, ey. Hallo. Hallo. Meine Maus ist grad vom Tisch gefallen. Geil. Wieso fällt deine Maus vom Tisch? Ja, weil der Tisch zu Ende war. Ja. Okay. Mein Gott, ey. Ich will gar nicht wissen, wie du gerade am Tisch sitzt und spielst. Ich bin keine Liebe. Ich bin auf dem Klo. Ach so. Ja, hier ist der Esel. Das trifft den Auto. Schau mal, schau. Jetzt suchen sie sich nicht. Live-Action. Wer ist denn weg, wenn ich werbe? Das macht mein Kopf, das bleibt. Ja, Pumpi, kriech halt weg. Nein, die Hörnsöhne. Dein Blut ist auf mir. Help me. Desinfizieren. Knife-Action. Kann ich mir wieder einen Chakala trocken? What the fuck, man? Messert das Messer so langsam. Ja, gell. Ich schwöre, ich bin gerade aufgeregt. Hey, wer kriecht da? Warte, ich komme. Oh, tada. Oh, lol. Hahaha. Scheiße. Scheiße, scheiße. Lol. Ich konnte nicht mehr rennen. Der hat sich da und hin gelegt. What the fuck? Alter, du dreckst. Dreckst, spiel mir deinen scheiß Bugs, ey. Was soll denn das? Da wollte ich einmal, einmal richtig schön springen, wa? Jetzt muss ich aufpassen. Habe ich keinen Chakala. Pfuh. Ähm, Leon. Ah, pfu. Feiern uns leben nur noch, ne? Ich bin tot. Oh, oh, oh. Ich lieg direkt bei dir. Okay, dann, das ist Leon. Ja, ich hab keinen Chakala, deswegen ist der Scheiße. Das ist richtig scheiße. Nein. Achtung, Granate, Granate, Granate. Nein. Ach du heilige Mutter, das sind da viele Frauen. Alle meine Küsse. Alter. Ey, das ist scheiße. Wer soll ich denn machen? Ey, das ist, das ist Müll. Verdammt. Der Kugel schmeckt nach Scheiße. Leute, ich stehe wieder. Hahaha. Alter. Ja, ganz am Ende bin ich aufgestanden und konnte laufen. Der Kugel schmeckt nach Scheiße. Ich hab... Ach ja, ich hab so einen Amerikaner vor die Tür gestellt. Okay. Naja. Hat ja auch jetzt gereicht hier, also. Ja, danke. Naja, das war's. Noch irgendjemand was zu sagen, dann mach ich aus. Tschüss und einen schönen Tag. Oh,某. Ja. Jetzt guckst du jetzt mit, Multiplayer! Ja. Ja okay. Thomas? Ja. Ja okay, also bis dann, tschöööö. Heey.